Habe ich überhaupt zwei noch? Na gut, so muss es sein, so werden wir ins nächste Spiel starten gegen New York. CD, FC, eine Erinnerung möchte ich aber noch machen, die hat dann eigentlich sehr... Boah. Gut, funktioniert. So fühlt es sich also an mit elf Mann zu spielen. Oh, Alter. Scheiße. Okay. 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 Vielen Dank. Ja, yes. So, all the two... Goal! Toronto FC, number 17, Josie Alcadour. Congratulations to today's lucky fan of the match, D'Artagnan Sky. Please come to guest relations to claim your prize. Let's go. 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 Wow. Mann, das war noch nicht, Paz. ja mit denen tue ich mir schon bedeutend schwerer als mit der breiten gerade oder ein er Nein! Schön abgewehrt. ... Ja, 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 ja. Man bleibt aber so. Man bleibt 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 so. Vielen Dank. Ups, jetzt habe ich nicht gesehen, dass ich den Ball habe. Ups. Jawohl, man fährt hier einen Heimsieg ein. Und wie es hier weiter geht, sieht er das nächste Mal. Ich bin der Fanggeber, macht das gut. Ciao und Baba.